Baddhahasta-Shirshabhujangasana ist die Kopra mit den gefalteten Händen hinter dem Kopf. Diese Variation gehört zu den anstrengenderen Rückbeugen. Ohne dass du sehr stark in die Rückbeuge kommst, entwickelst du die Stärke des oberen, mittleren und unteren Rückens, öffnest Schultern und Brustkorb. Atme dabei gleichmäßig und lächle, auch wenn es anstrengend ist.